hallo und herzlich willkommen zurück zur five nights at candies und ja wir sind in der sechsten nacht das letzte mal stehen geblieben und wir starten einfach mal let's go sechste nacht und ich bin sehr gespannt was mich jetzt erwartet wie schwer das sein wird ich hoffe ich schaff's wieder mit dem ersten versuch denn das wäre sehr nice so hier sind wir schon wieder heilige schnauze so schon weg alles klar rot candy er kennt die was geht ab so sind die star oh hey neun nice candy ist da weg ok candy ist hier wer bist du hey candy ist schon da ok der war ziemlich schnell schon da ok das ist ziemlich gefährlich gerade hier das ist nicht so nice von denen den neuen da den sehen wir da auch nicht wenn er da ist da sehen wir dann seine augen nicht der arfe ist auch schon da bei der tür sind die ernsthaft willst du mich verarsche willst du das ich weiß es nämlich nicht ob du mich verarschen möchtest denn es ich merke wie es ziemlich schwer ist geworden ist da ist immer noch der affe das sind candy das dafür das kann die haffe kann die so der bewegt sich auch schon das kann ich gar nicht gewöhnen so darf ist da candy ist da das sind die da bewegt sich schon das wolfie der affe hätte mich beinahe erwischt tschüss ok das ist schon sehr schwer gerade ok der da ist da immer noch da ist wolfie hey candy was ab was geht denn ab mit dir so der candy ist weg wie speck so wolfie was geht denn was geht denn ab was geht denn ab was geht denn ab was geht denn ab so das kann ich wieder aufmachen das kann ich nicht aufmachen fuck ok 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 so dass weg da ist auch niemand mehr dann öffne ich das wieder ok ich merke schon wie sehr schwer es geworden ist wie schwer es geworden ist ziemlich krass so der da ist der da ist da immer noch oder wieder der ist da Cindy ist da Der ist da Oh, hey, Kumpel Puh, okay Der ist da Candy ist da Und jetzt ist er da So, da kann ich, glaube ich, aufmachen, oder? Ja So, Candy ist hier weg Wie Speck Affi, was geht ab? Hm, Cindy ist Affi So, der bewegt sich nicht So, Affi ist weg Okay, ich hoffe, ich schaffe es mit dem ersten Versuch Das wäre sehr nice So, Cindy, was geht ab? Cindy, du kommst nicht rein Wolfi Okay Hm, Wolfi ist da Hey, Candy, was geht ab? Was geht denn, Candy? Hm, Candy ist da immer noch Wolfi ist da auch Immer noch Candy Du kommst hier nicht rein Wolfi, du kommst hier nicht rein Candy, du auch nicht Gut, Candy ist weg Wolfi ist auch weg Nice So, das ist ja nice So, das ist ja nice Affi, was geht denn ab? Oh, hey Bumpel, du kommst hier nicht rein Und Affi, du kommst hier auch nicht rein So, du bist weg Du bist auch weg Das ist nice Das ist ja Knuchte Okay, wir haben nur noch drei Balken Was nicht so nice ist Der da ist weg Ja, schön Okay, da ist niemand So, der da ist wieder hier Sehr schön So, hey Du bist auch wieder da So, der Cindy Du kommst hier nicht rein So, der Affi ist da Candy Irgendwie laggt das ab und zu Ich hab keine Ahnung, wieso Ich weiß nicht, wieso das Wieso Five Nights at Candy's laggt So, er ist weg Der hier auch Oder auch nicht Okay, jetzt ist er weg Genau So, Wolfi, was geht ab? Du bleibst draußen, bitte Scheiße, nur noch ein Balken What the fuck Wieso? Das ist irgendwie nicht so gut Nur noch ein Balken Äh, Kumpel Oh, ja Das da soll ich vielleicht schließen Äh, aufmachen Es ist 5 Uhr Komm schon Ich kann es noch schaffen Affi Affi, du bleibst draußen, bitte Du bleibst auch draußen, bitte So, Affi ist weg Du bist auch weg Candy, wie geht's denn so? Ich hab keinen Strom mehr, irgendwie Hey, Wolfi, was geht ab? Wolfi, was geht bei dir? Komm schon, ich hab keinen Strom mehr Hey Oh, hey Okay, ich kann es noch schließen Hoffe ich, ähm Ich hoffe aber, dass es was nützt Scheiße Ich hab keinen Strom mehr Irgendwie Komm schon, ich kann es noch schaffen Der Wolfi ist weg Hey Kumpel Was geht denn so? Ja, komm schon, bitte Bitte lass mich es schaffen Ja Okay Ich hab's noch geschafft Ich habe es noch Geschafft Jawollsten Das ist doch nice Das ist sehr nice Loading Records Okay, was kommt jetzt für eine Scheiße Puh Oh Hey Kumpels Ich kann mich nicht drehen Oh Okay, die bewegen sich Sehr nice, irgendwie Die bewegen sich wieder Oh, hey Kumpel Was geht ab? Okay Oh Ja Nice Äh Gruselig Sehr gruselig Okay Und jetzt 20 Dollars Wir haben 20 Euro bekommen Äh, 20 Dollar Haben wir bekommen Nice So viel einstellen Wie wir wollen Aber das war's dann Glaube ich für dieses Ja, für dieses Spiel Glaube ich Aber ja Ich hoffe, euch hat's gefallen Wenn's euch gefallen Also lasst da Ah, hier gibt's noch extra Was ist extra Also Animatronics Jumpscares Death sketches Aha Okay, nice Ja, das war's dann Wenn's euch gefallen hat Lasst da eine positive Bewertung da Wir sehen's dann im nächsten Display wieder Bis dahin Ciao